Yo, servus Leute, jetzt zeige ich euch LKW Truck Spotting bei Zeppelinheim auf der A5. Schaut mal, ja, ein DAF LKW. Da kommen jetzt weitere Trucks, schaut mal Leute. Das ist bei Zeppelinheim bei Neu-Istenburg ist das, bei der A5. Geiler LKW, schaut mal Leute. Geiler LKW, schaut mal Leute. Feder Actos hier mit Hellmann da. Ich hab hier reingefahren. Guck mal, schöner Scania. Und da kommt der MAN. Guck mal, schöner Scania. Muss nur die Position wechseln. Schaut mal hier der schöne Actos, Scania LKW aus Augsburg. Alter, da kommt der schöne Scania, Leute. Guckt mal. Wer weiß, ob ich noch einen Hobotometer erwische, wo er noch mitläuft. Wird noch kommen, denke ich. Ja, ein DAF LKW, guckt mal. Aus Kassel. Ja, wo noch ein Scania Truck. Geil. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Schaut mal hier. Ich gucke. Frankfur. Scheucht. Ich gucke. Io. Schaut recommends machen, wie haben wir lassen? B voucher. Se sightsinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, weiter geht's hier der Agros. So, da kommen weitere LKWs. Jackpot. Jawohl, immer mehr coole Trucks kommen. Ah, schaut mal Leute, ein Ford LKW kommt jetzt mit rein. Aus Polen. Ja, ein Ford LKW. Geil. Ja, ein Volvo. Das macht Spaß LKWs zu filmen. Und jetzt kommt noch ein älterer MAN-LKW jetzt mit ins Spiel rein. Schaut mal Leute. Da kommt ein älterer MAN. Jawohl. Das wird ein bisschen mehr Klicks geben, mit Sicherheit. Ah, Aulhorn LKW auch noch mit dazu. So, Leute. Hier ein Flugzeug zu sehen und hier noch ein schöner MAN. Und hier der schöne DAF LKW. Der neue Generation. Hier seht ihr den Hobodometer da. Habt ihr bestimmt gesehen. Jetzt schon sieben Minuten sind schon rum. Jawohl. Das passt doch, die Hupe. Jetzt Borg LKWs Gießen. Scania LKW Mercedes. Geil, Leute. Jawohl. Das passt doch. So, hier kommt der DAF LKW wieder mit ins Spiel. Geil. Jawohl. Aus Rumänien. Das hier, was viel los heute. Am Freitag, den 12. April 2024, Leute. Schaut euch das an. Ein geiler Scania kommt mit ins Spiel rein. Jawohl. Das sieht geil aus. Das ist aus Göppingen. Und hier der Arktros kommt rein. Das ist aus Luxemburg. Ah, noch Alt & Trans. Kenne ich auch. Hier noch ein Autotransporter. Fährt hier durch. Einer aus Konstanz. Jawohl. Geile Party. Und guckt euch das an. Noch ein schicker Scania kommt rein. Wie zum Beispiel. Scania, Scania, Scania. Du bist so wunderbar. Kennt ihr ja auch das Lied bestimmt. Mist. 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 Einspanscher LKW Das ist schon der Dach aus Rumänien So Leute, weiter geht es, ein schöner MN Das läuft schon ordentlich Ach, Schwer-Transport, schaut mal Nochmal Ford LKW, schaut mal Leute Noch einer So, da kommen noch weitere LKWs Ein aus Mainz Nochmal Eweco Mit der HL-Aufflieger Da hab ich noch den kaputten Komootometer bei drehen sehen Da hab ich noch den kaputten Komootometer bei drehen sehen Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch Oder abonniert mich, schreibt es in die Kommentare Ich bedanke mich für das Zusehen Und bis zum nächsten Video, Ciao Ciao